Wir sind Bühnengold. Wir sind ein junges, dynamisches, innovatives Team und wir produzieren intelligente Unterhaltung. Zu unserem Team gehören zum einen derzeit 16 diplomierte Schauspieler und Schauspielerinnen, das ist unser Team Stage, und zum anderen unser Team Office, das heißt Marketing, Vertrieb, Finanzen, IT, Buchanhaltung. Und zusammen kreieren wir für jeden Kunden eine individuelle Veranstaltung. Unsere Theaterstücke unterscheiden sich zum einen in sieben Präventionsstücke, wie wir aktuelle Inhalte der Schülerinnen und Schüler aufgreifen, wie zum Beispiel Cybermobbing, Erste Liebe, Drogen, Alkohol. Und zum anderen haben wir drei klassische Theaterstücke, die wir proaktiv in den Lehrplan mit einbinden. Ja, das wird gut! Der Unterschied zwischen Bühnengold und Theatern ist, dass wir nicht nur zur Unterhaltung gehen. Also wir kombinieren unsere Arbeit, unser Handwerk mit Bildung. Genau, wir sind ein Theater für junge Erwachsene, für jugendliche Kinder und das unterscheidet uns auch von einem herkömmlichen Stadttheater. Wir kommen quasi zum Publikum und nicht wie am Stadttheater, das Publikum kommt ins Theater. Das Tolle an Bühnengold ist halt, dass es sich immer mit wirklich aktuellen Themen und Problemen auseinandersetzt. Und das finde ich halt sehr wichtig, weil das einfach ja unsere Gesellschaft so reflektiert und halt nicht nur junge Menschen, sondern auch etwas ältere Menschen, so wie ich. Und ich muss sagen, ich kann mich bisher mit jeder Rolle, die ich hier gespielt habe, wirklich immer identifizieren. Bühnengold bedeutet für mich, dass ich meinen Beruf, meine Leidenschaft damit verknüpfen kann, Leuten oder beziehungsweise den Schülern zu helfen. Also das ist moralisch etwas total Angenehmes. Wir bieten dazu auch noch Workshops an. Zum einen werden in den Workshops die Themen des Theaterstücks aufgegriffen. Den Schülern wird in szenischen Spielen, werden ihnen Lösungen angeboten. Und zum anderen haben wir das Workshop-Modul, was völlig freigestaltet werden kann. Je nachdem, was die Schule gerade wünscht. Spannend wird es dann eigentlich auch immer beim Nachgespräch. Also da haben wir viele verschiedene Eindrücke und Erfahrungen, die wir hatten. Und wenn wir diese Erfahrungen bekommen, dann können wir die Eindrücke auch mit in unser eigenes Spiel mit einbringen. Was? Achso! Das macht vor allem viel Spaß, vor Schülern und Schülerinnen zu spielen. Dass die Schüler daraus was ziehen können und dass das halt was mit denen macht und dass das was in denen anspricht. Die sind blau, frech und direkt. Hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, finde ich. Also war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, würde ich auch hier dabei wieder machen. Ja, ich auch. Das Ziel von Bühnengold ist, jedem kulturelle Bildung zugänglich zu machen. Bühnengold gestaltet Zukunft. Beide und Bis zum nächsten Mal.